Liebe Patientinnen und Patienten, liebe Sportlerinnen und Sportler, mein Name ist Axel Pressler und ich betreibe eine Fachpraxis für Kardiologie und Sportmedizin in München. Wie Sie wissen, sind wir seit Wochen mit der schweren Corona-Krise konfrontiert und gerade in diesem Bereich stellen sich auch für Patienten mit Ferzerkrankungen oder auch für unsere Sportlerinnen und Sportler viele Fragen, wie man damit am besten umgeht, wie man sich verhält, welche Risikofaktoren es vielleicht gibt und auf was man ganz besonders in diesen Zeiten achten muss. Wir möchten Ihnen gerne mit diesem Video die wichtigsten Fragen rund um die Themen Herzerkrankungen und Sport beantworten und hoffen, Ihnen dabei einige hilfreiche Tipps geben zu können. Herzerkrankungen werden in Zeiten der Corona-Krise immer als ganz besondere Risikoerkrankungen genannt. Man muss natürlich zum einen sagen, es gibt sehr viele verschiedene Herzerkrankungen, von Ripplustörungen bis hin zu Herzinfarkten oder auch ein paar Risikofaktoren. Ganz, ganz wichtig ist sicherlich, dass Sie weiterhin Ihre Medikamente so einnehmen, wie Sie vom Arzt verschrieben worden sind, sodass die Erkrankung auch weiter gut behandelt wird. Sollte es tatsächlich einmal zu Beschwerden kommen, bleibt es genauso wichtig, einen Arzt aufzusuchen oder vorher telefonisch Kontakt mit ihm aufzunehmen oder im Zweifelsfall auch die Notaufnahmen von Krankenversagen aufzusuchen. Man muss dort nicht befürchten, dass man sich ansteckt. Es sind überall entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen. Es ist ganz wichtig, dass Sie auch weiterhin auf Ihre Symptome achten und im Zweifelsfall genauso handeln, wie Sie auch außerhalb der Corona-Zeiten handeln würden. Der Bluthochdruck wird tatsächlich ganz besonders als Risikofaktor genannt, sodass man fast den Eindruck kriegt, das sei sozusagen eine der schlimmsten Erkrankungen, die man haben kann, wenn man sich mit Coronavirus ansteckt. Man darf natürlich nicht ganz vergessen, Bluthochdruck ist überhaupt eine sehr häufige Erkrankung, gerade in den höheren Altersgruppen, sodass das sicherlich auch einfach manchmal statistisch etwas verzerrt wird. Es haben eben sehr viele ältere Menschen auch Bluthochdruck und leider erkranken auch viele ältere Menschen, ganz besonders am Coronavirus. Grundsätzlich gilt für den Bluthochdruck das Gleiche, was für die anderen Herzerkrankungen gilt. Es muss einfach Sorge getragen werden, dass der Blutdruck gut eingestellt ist, dass er nicht entgleist, dass Sie sich dabei wohlfühlen. Deswegen auch hier der Appell, nehmen Sie bitte Ihre Medikamente weiter ein und achten Sie auf einen gut eingestellten Bluthochdruck. Das ist das Wichtigste, was Sie tun können. Was ist die Einnahme bestimmter Blutdrucksenker, wie die ACE-Hämmer, zum Beispiel das Ramipril oder die Sartane, da gibt es zum Beispiel Kandisartan oder Balsartan, unter Umständen zu einer vermehrten Ansteckung mit Coronavirus führen könnte. Tatsächlich gibt es in einigen Laborstudien Hinweise darauf, dass es gewisse Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten und auch den Stoffen gibt, die das Coronavirus benutzt. Diese Studien sind aber reine Labordaten und haben sich bisher überhaupt noch nicht den Menschen bestätigt. Gegenteilig würde das Absetzen solcher Medikamente vielleicht zu einem schlecht eingestellten Blutdruck führen oder auch zu einer schlecht eingestellten Herzerkrankung. Insofern gibt es im Moment ganz klare Empfehlungen der Fachgesellschaften, diese Medikamente auf jeden Fall weiterzunehmen und nicht abzusetzen, solange bis deutlich mehr Klarheit besteht, ob es tatsächlich negative Effekte geben könnte. Als Risikoerkrankungen gelten letztlich alle chronischen Erkrankungen, die zu einer Schwächung des Immunsystems führen. Bekannteste Beispiele sind hier der Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, aber auch Krebserkrankungen oder auch Rheumaerkrankungen. Auch das Alte hat sich leider als besonderer Risikofaktor herausgestellt, sodass alle über 65-Jährigen als ganz besondere Risikogruppe gelten. Lungenerkrankungen sind deshalb so gefährlich, weil das Coronavirus gerne leider die Lunge befällt und schwere Lungenentzungen machen kann, sodass sich zum Beispiel auch das Rauchen hier wirklich nicht mehr anbietet, vielleicht sogar die Gelegenheit genutzt werden kann, damit aufzuhören. Wichtig ist, dass diese genannten Risikogruppen ganz besonders auf sich aufpassen und auch die Angehörigen dieser Patienten dies beachten. Bleiben Sie zu Hause, schützen Sie sich weitestgehend vor Kontakten, damit bei Ihnen als Risikopatient es nicht besonders zu einer Infektion kommt. Wie soeben schon gesagt, gilt besonders die Lunge als Zielorgan des Coronavirus, sodass es ein großes Ziel bleibt, sich möglichst vor Lungenentzündungen zu schützen. In diesem Zusammenhang kam zuletzt auch immer wieder die Empfehlung, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen. Pneumokokken sind Bakterien, die auch ganz besonders schwere Lungenentzündungen machen können und sich sozusagen auf die Lungenentzündung des Coronavirus noch draufsetzen können. Diese Impfung wird grundsätzlich ohnehin empfohlen für Personen über 65 Jahre und ist daher sicherlich auch keine schlechte Idee. Das Problem ist im Moment einfach, dass der Impfstoff fast überall vergriffen ist, sodass man dieser Empfehlung aktuell schlicht nicht nachkommen kann. Wenn es einen Impfstoff gibt, ist es sicherlich für Risikopatienten und für ältere Menschen sinnvoll, wenn man diese Impfung noch nicht hat, diese tatsächlich durchführen zu lassen. Sport ist und bleibt eine der gesündesten Maßnahmen, die man überhaupt machen kann und das gilt natürlich auch für die Zeit der Corona-Epidemie. Nur müssen wir unsere Schwerpunkte da einfach etwas verschieben. Die Ausgangsbeschränkungen zwingen uns dazu, sportliche Aktivitäten in das Haus zu verlagern oder auch in den näheren Bereich um das Haus herum. Daraus kann man schon schließen, dass sich Aktivitäten wie Walking oder Joggen weiterhin sehr gut ausüben lassen. Ganz besonders gut bieten sich jetzt auch Übungen zu Hause an, sofern man entsprechende Geräte hat oder entsprechend auch Übungen aus dem Internet sich anschauen kann. Es gibt ja derzeit eine ganze Menge Anbieter, die Workouts und gymnastische Übungen für zu Hause anbieten. Auch wir werden das bei diesen Kanälen in den nächsten Tagen tun, sodass sie auch von uns Anregungen dazu kriegen, wie man sich gesund betätigen kann. Es bleibt wichtig, Sport zu machen. Die Lunge wird dadurch belüftet, das Immunsystem wird gestärkt und deswegen ist es eine ganz wichtige Maßnahme, dass man sich auch in diesen Zeiten regelmäßig bewegt. Grundsätzlich gelten für die Ernährungsempfehlungen die gleichen Prinzipien wie eigentlich auch außerhalb der Corona-Zeit. Es ist immer wichtig, dass man sich möglichst gesund ernährt. Das heißt, in diesen Zeiten auch ganz besonders noch mal vitaminreich, ganz besonders vitamin C-reiche Früchte bieten sich hier an, wie Kiwi zum Beispiel, Orangen, Zitronen, Bananen. Aber auch sonst sollte man darauf achten, dass man sich mit frischen Stoffen ernährt, gemüsereich, obstreich. Vollkornprodukte sind sicherlich auch gut. Vermeiden sollte man auch in diesen Zeiten industrialisierte Produkte, frittierte Produkte, sodass man einfach insgesamt darauf achtet, möglichst frische und bunte Sachen zu sich zu nehmen. Supplemente sind dazu, wie eigentlich auch sonst, tatsächlich nicht erforderlich, auch wenn viele davon angeboten werden. Sofern man sich gesund ernährt, sollten alle wichtigen Nährstoffe auch aufgenommen werden, die der Körper in diesen Zeiten zur Infektabwehr braucht. Mittlerweile gibt es auch eine steigende Zahl von Menschen, die das Coronavirus glücklicherweise überstanden haben. Man weiß noch nicht sehr viel darüber, wie zum Beispiel eine lebenslange Immunität aussieht oder ob diese überhaupt eintritt, ob es einen längeren Schutz gibt. Darin wird aktuell viel geforscht. Was wir aber wissen, ist, dass das Coronavirus in vielen Fällen auch Lunge und Herz relativ stark angegriffen hat, sodass es sicherlich wichtig ist, ganz besonders, wenn Sie zum Beispiel eine sportliche Aktivität mit der Intensivität wollen, sich auch dahingehend untersuchen zu lassen, ob Herz und Lunge und auch andere Organe diese Erkrankung wirklich auch gut überstanden haben. Liebe Patientinnen und Patienten, liebe Sportlerinnen und Sportler, wir hoffen sehr, dass wir einige wichtige Fragen rund um die derzeitige Corona-Krise für Sie beantworten konnten und einige hilfreiche Tipps dabei waren. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese bitte in die Kommentare. Und ansonsten können wir nur sagen, bleiben Sie gesund, achten Sie bitte sehr auf sich, befolgen Sie die Anweisungen, die uns die Experten geben. Nur so können wir einen hoffentlich sicheren und guten Weg aus der Krise herausfinden. Vielen Dank.